Ich habe sie eben gefragt, dieses Lied, When the Price is Your Love, ist natürlich über die Liebe und eben gerade vor zehn Minuten hat mir jemand gesagt, dass sie am allerliebsten über Liebe reden. Und deshalb habe ich sie halt gefragt, ob es stimmt. Und sie sagt, ja, sie ist immer noch auf der Suche nach ihrem Traumboy. Ja, und Liebe ist natürlich für sie ein ganz wichtiges Thema. You had this big hit together with Pierre Corceau, whom we all know from La Boom. Are you still in touch with him? No, not really. Not only if we're doing like promotion for France or China, we might be seeing each other again because the film was just bought and ready to go to China. So maybe we'll be doing promotion together, but I haven't seen him, no. Also sie hat keinen wirklichen Kontakt mehr zu Pierre Corceau, mit dem sie Stay zusammen gemacht hat. Pierre Corceau kennen wir ja alle aus La Boom, die Fete, aber der Kontakt ist ein bisschen abgebrochen. Sie machen eigentlich nur noch zusammen Promotion. Okay, thank you very much for the interview. Oh, thank you for having me. Yeah, I'm looking forward to tonight. Oh, thank you. And I wish you much fun. Thank you. Okay. Bye, everybody. 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 Bye, bye.